Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf unserem Kanal, sofort und gleich. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt ihr dann auf Abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen und dann auf Aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video laden. Zudem könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Neut die Glocke! So Leute, wir haben ein neues Update erhalten, das heißt, ich upgrade jetzt erstmal kurz den Shopper, Level 4. Und ja... Kannst du schon machen, ja. Logischerweise. Ja. Was denkst du denn, du? Find a new one kostet 100 Gems. Guck dir das an. Ich bin Level 9. Mhm. Du? Ich nicht. Ist das hier weg und das da weg, das kostet mich jetzt schon ein bisschen mehr. Das finde ich nicht so wirklich witzig. Ich will... Man kann nur die bestimmten auswählen. Stimmt, das haben sie jetzt... Also Leute, nehmen wir mal so, das ist halt dieses neue Update, das ist ganz komisch. Also wirklich ganz komisch. Was ist aus diesem... Man kann... Man kann alles nur einmal setzen. Und man kann alles nur einmal setzen, ja. Oh mein Gott. Außer die Truppen. Was ist denn das? Was die Truppen kann man mehr versetzen? Ja. Du hast genau die gleichen Sachen wie ich. Besonders begeistert bin ich jetzt davon nicht. Nee, guck mal bei mir. Schau mal bei mir. Mega schlecht. Na gut, also Kisten aufmachen und dann hoffentlich auch bald das Ding aufleveln können. Was dann? Hier das Headquarter. Was denn jetzt? Achso. Weil das Headquarter... Das ist nicht dein Ernst. Was denn? Wie? Was ist nicht mein Ernst? Hä? Was denn jetzt? Schau dir das mal. Also jetzt musst du Sneaky Ninja upgraden, damit ich ihn benutzen kann oder was? Nein, ernsthaft? Hä? Wie? Was ist denn das jetzt? Ich kann ihn nicht benutzen. Doch, weil er hat ja zwei Stück. So, also Sneaky Ninja nehme ich auch ein paar Mal rein. So, oh mein Gott. Ach, das ist ja nicht. Sneaky Ninja nehme ich sogar mehrfach rein. So, einmal heilen kann ich reinnehmen. Oh mein Gott. Das wird sowas von ätzend. Oh mein Gott. Was wird denn das? Was ist denn das für eine... Ich glaube, genau so. Quatsch, ich habe keine 2 Sneaky Ninjas. Das ist dem nicht 2 Sneaky Ninjas. Eher zwei Ding. Zwei Bazookas und zwei Ding. Zwei, zwei... Oh Gott. Was ist denn das? Na gut, okay. Die haben ja alle jetzt die gleiche Verteidigung. Oh nein. Jetzt müssen wir echt schauen, was wir da raus... Wie sollen die alle unterschiedliche Verteidigen? Rausholen können. Hä, wie... Wie soll denn das funktionieren? Der Sneaky Ninja rand einfach nach vorne. Ich nehme mir das nächste. Das mache ich nicht. Was machst du nicht? Dieses Ding hier mache ich nicht. So. Da würde ich sagen, kann der Sneaky Ninja ganz locker das Ding da holen. Das ist nicht euer Ernst. Supercell, bitte. Refresh dieses Update. Oder gleich? Naja gut, ich kann es im Moment noch nicht so richtig einschätzen, aber ich glaube, der Panzer ist ein bisschen langsamer. Ich lasse jetzt einfach mal... Ich habe ein Stein geholt. Toll. Du hast einen Panzer mehr reingenommen? Mh. Echt? Ja. Bestimmt sein ist gut. Ich habe ein Panzer mit reingenommen, ja. Das ist ganz komisch, ey. Du hast einen Sneaky Ninja dabei? Ja, aber der ist da auch... Oder? Die Sneaky Ninja sind richtig schlecht. So. Das ist ätzend. Nein, nicht, 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 nicht. Hä? Die? Hä? Guck mal, die können das auswählen oder was? Schau mal. Wie die können das auswählen? Was können sie auswählen? Ja, die Truppen. Scheinbar, ja. Was ist das? Drei Sterne gegen Ötzgür pro Goal. Drei Sterne? Wie soll ich denn jetzt vonher gleich abhauen mit den Sternen? Die sollen das funktionieren? Time to switch things up. Now every three battle boxes will give you fresh troops to raid with. Oh, nein. Alles? Was? Wie? Alle drei Boxen. Alle drei Boxen kriegst du... Neue Karten. Was ein Schwachsinn. Okay. Aber das lief eigentlich ja ganz gut, sage ich mal. Vielleicht ist das sogar besser als das, was ich mir gedacht habe. Nein. Auf gar keinen Fall. Aber warum muss ich jetzt das dann nehmen? Hallo? Ne, 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 ne. Ah, nein, nein. Was war denn das jetzt? Jetzt habe ich drei Sterne geholt. Da, das hier will ich drin haben. Ich will das heilen drin haben. Der hat mir automatisch, hat er mir das andere Teil reingenommen. You train the squad. Junge, ich kriege jetzt schon einen Anfall. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dann nehme ich auch den nächsten. Das ist richtig schlimm. Also ohne Spaß. Wie sollst du denn da gegen bestimmte Verteidigungen gewinnen? Wie soll denn das funktionieren? Ja, das weiß ich im Moment jetzt auch noch nicht so wirklich. Guck mal, was die machen. Kannst du nichts machen? So, was sie machen? Weil du dein eigenes Squad nicht mehr hast. Was soll denn das? Bitte so, ich habe so viel Erfahrung. Was soll das? Ich greife hier an. Ich muss... Ich greife einfach ständig nur an. Hauptsache, ich mache wenigstens irgendwas mit diesem... Bitte refresh dieses Update. Das ist ja... Pur... Das ist ja schlimm. Also wirklich, das ist... Trausam. Das Update ist wirklich strange, ja. Wieso kann man jetzt nicht bei seinen eigenen... Was werde ich auch nie nachvollziehen können? Lauf dann nicht aus dem Medien raus, bitte. Wie schießt ihr jetzt auf einmal eine Mini über die Animation? Ihr sollt nicht die Animationen ändern. Ihr sollt ändern, dass das jetzt nicht... Das war sehr schlecht, das war sehr schlecht. Hm... Ähm... Im Hans ist schon wieder ein Gebot. Äh, ich kriege echt einen Anfall. Och! Mann, wenn man das gewohnt ist, dass man da an der Seite dieses Retrain hat. Ich habe jetzt schon zwei Boxen offen. Dieses, ähm... Nochmal das letzte Squad. Das war davor rechts. Jetzt. Mhm. Jetzt nicht mehr. Ich greife an. Das ist mir egal. Ich werde verlieren, aber es ist mir wichtig. Ich greife jetzt auch an. Und auch ich werde verlieren. Das ist mir egal. Aber wir schauen jetzt einfach mal, was passiert. Weil gegen den Minenwerfer plus drei Laser habe ich keinen geschossen. Willst du schießen? Das machst du irgendwo. Ey, ist ja echt ein Blut. So, den Sneaky Ninja... Reicht denn? Den Sneaky Ninja spiele ich ganz am Ende. Der soll nämlich jetzt schön hier durchlaufen. Das kann man sagen. Der soll jetzt schön durchlaufen zu der Hütte und soll da hinten die Hütte kaputt machen. Da habe ich nämlich die zweite Hütte. Das ist nämlich auch ganz clever. Guck. Siehst du? Ich will es gar nicht sehen. Das ist clever, was ich mache. Ich habe es schon gesehen. So, ich habe erstmal die angreifen lassen. Toll, wir haben zwei Sterne geholt. Vorher richtig... Oh, ne... Zwei Sterne und jetzt... Boah, zwei Sterne. Jetzt muss ich mal gucken, was kann ich upgraden? Und ich muss sowieso den Panzer... Ah, 600 kostet der! Oh mein Gott! Ah... Jetzt muss man jede Karte upgraden, habe ich das Gefühl. Ne, muss man nicht, aber... Ansonsten macht das Ding hier halt echt wenig Sinn, ne? So... Okay, damit bin ich... Damit bin ich aber von meinem Headquarter wieder weiter entfernt. Was mir jetzt nicht so persönlich wirklich gut gefällt. Ja, ich kriege jetzt noch die Karten. Mal gucken. Das kriege ich jetzt. Na, was kriegst du denn? Das... Das... Muss ich mir jetzt erstmal... Was ist denn das? Was denn? Hm? Ja, das ist ungefähr so, wie ich es auch habe. Ah, ne, ist ohne Panzer! Hahaha! Okay, das ist ohne den Panzer. Junge, was ist das? Ne, das greif ich nicht an. Aber das hier greif ich... Ich mach einfach... Ich mach einfach... Was soll man denn mit diesen... Was will man denn damit machen? Ne, das greif ich auch nicht an, das macht auch keinen Sinn. Supercell, bitte! Was soll das? Ja, jetzt musst du halt verschiedene Sachen ausprobieren, ne? Da geht halt jetzt irgendwie kein Weg mehr. Das ist jetzt einfach unfassbar viel Garten. Sorry, aber ich sitze jetzt unfassbar viel Garten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So. Aber ich glaube, dass das nicht die Beste ist. Ich weiß, aber ich weiß, dass es nicht die Beste sein kann. Aber ich muss es tun. Was soll ich denn anders machen? Das ist doch zwecklos. Ich mein, wenigstens rennen die einfach mal so... Och, mein Gott! Damit sitze ich noch in fünf Jahren an meinen drei Sternen. Ich hör's ja mal drum. Das heißt, wenn ich schon mal da zwei Sterne holte. Das Update ist wirklich krampf. Also wirklich ein Krampf. Das Update ist krass. Wir hatten vorher wirklich, 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 wirklich gute Decks. Nein! Er trifft genau in dem Moment den Sneaky Ninja. Ich werd verrückt, ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Nein, nein, nein. Der Sneaky Ninja war genau in dem Moment dort. Ich glaub es nicht. Wie? Also Leute, guckt euch das in der Wiederholung bei mir auf der rechten Seite an, was jetzt eben gerade passiert ist. Der Sneaky Ninja... Da ist immer noch vier. Da ist immer noch vier Kies. Der Sneaky Ninja läuft genau in dem Moment an dem Ding vorbei, wo der von hinten die Kanone schießt. Ausgerechnet da. Die hat den ja noch nicht mal gesehen, weil die wusste ja gar nicht, dass der da ist. Ich weiß, dass das alles nicht funktionieren kann. Wie meinst du? Ja, meine Taktik. Es kann nicht funktionieren. Oh mein Gott. Ich hatte echt jetzt gedacht... Wobei das hier müsste eigentlich funktionieren. Behaupte ich mal. Okay. Ich lass jetzt erstmal laufen. Erstmal lass ich laufen. Ein Stern. Eine Rebels. Erstmal lass mal laufen. Dann gucken wir mal, was passiert. Oh nein. Was ein Glück, dass ich da den Sneaky Ninja noch nicht ablaufen lassen. Die haben 100 Sterne Unterschied. Mhm. Hast du gehört? Ja, ich hab's gehört. Hundert. Mach jetzt bitte einfach diese blöde Gander kaputt, weil die ist wirklich schrecklich. Bevor die anfängt. Genau. So. Das ist schon mal gut. Soll man denn... Mit den Truppen gewinnst du nicht mal einen Keks. Ja. Damit gewinnst du einen Stern. Aber das gewinnst du mit dem Kack. Bitte lauf einfach jetzt zu der Hütte. Sag dir das war einfach ein Schrott. Nein, was machst du denn, du Depp? Ja gut, man muss sich halt jetzt neue Taktiken überlegen. Das ist eben das andere daran. Ja, man kann jetzt nicht mehr immer die gleiche Schiene fahren. Das finde ich auch jetzt persönlich nicht ganz so schlimm. Man muss einfach mal was ausprobieren, ja. Weil sonst macht man immer das gleiche. Und so kommt man vielleicht auch mal auf eine bessere Taktik. Wer weiß. Ja, klar. Du, deine Karten werden noch ständig geswitcht. Was willst du denn da mit einer besseren Taktik? Ja, aber du lernst deine Karten besser kennen. Ich setze jetzt 8 Guards. Und 2 Besuchers dahinter. Das mache ich nicht. Ich bin planlos. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. So 8 Guards. Ja, das hat überhaupt nicht geklappt. Perfekt. Null Steine. Also, ehrlich jetzt, auch wenn es super sehr mega viel Erfahrung hat, das ist... Ich hole mir jetzt 3 Sterne. Hahaha. Mit meiner Taktik. Das ist geil. Die Taktik ist geil. Ja, die wird jetzt gleich dir weggenommen. Noch nicht. Bei der nächsten Truhe wird sie dir weggenommen. Noch nicht. Ich hoffe, dass sie dir genauso schlecht ist. Noch ist die Taktik nicht weg. Ich... Die Taktik finde ich, die ist ja noch viel besser als das, was ich vorher gemacht habe. Also, die würde ich sogar richtig gut, was ich jetzt habe hier. Nie im Leben. Doch, das ist gut. Ganz lang. Und das ist gut. So. Ich hier die ganze Zeit eben dran. Ich habe nur mehr keiner gleich. Ich finde das gut. Ich finde das super. Ich finde das perfekt. Das ist toll. Ja. So. Nein. Oh mein Gott. Ach, das explodiert. Nein. Wo läufst du denn lang, du Idiot? Nein, wo läufst du denn lang, du Idiot? Nein, das ist nicht wahr. Das war natürlich das dümmste. So neben dem Pfosten. Das war natürlich das absolut dümmste, was er hätte machen können. Also, da hätte ich jetzt echt warten müssen. Wenn ich jetzt gewartet hätte, hätte ich drei Sterne geholt. Ich hätte zwei Sterne geholt. Nein. Dieser blöde Sneaky Ninja ist so dämlich. Oh mein Gott. Und jetzt läuft... Der Panzer fährt einfach mal gegen die Tonnen und ja... Nein, wir haben einen 90-Sterne-Unterschied. Oh mein Gott, das schaffe ich nicht mehr. Doch, das könnten noch zwei Sterne sein. Jawohl, wenigstens das. Aber hätte er mal die Kanone genommen, dann wären es mehr geworden. Hätte ich den Sneaky Ninja anders eingesetzt, den lasse ich jetzt nicht mehr vorrennen. Da rennt ja einfach auf die Gegner drauf, dieser Idiot. Dieser Vollspaten läuft einfach auf die Gegner drauf. Es ist nicht zu glauben. Da fehlen mir einfach die Worte. Da fehlen mir einfach die Worte. Das ist einfach unfassbar. So, jetzt gucken wir mal. Was willst du mit dieser Taktik erreichen? Die Verteidigung. Oh, das könnte gut funktionieren. Dann müssen wir mal schauen, was wir da rausholen. Warum kann ich den dann nicht hinsetzen? So, und dann das. Und dann lasse ich es jetzt erstmal einfach nur laufen. Und dann wird das schon funktionieren. Die letzte Box offen. Ehrlich, jetzt schon wieder? Ja. Ich check das bei dir nicht, ehrlich. So, jetzt sind die da durch. Jetzt zieht der ab. Das ist gut. Jetzt kann nämlich mein Sneaky Ninja hinten rum und kann von hinten jetzt die Hütte angreifen. Dann habe ich nämlich auch diese Hütte. Ja, zwei Hütten, zwei Sterne. Ja, sehr geil. Ich liebe den Sneaky Ninja. Setz dich glücklich. Ich finde den cool. Nein, ich habe jetzt neue. So. So, jetzt? Was mache ich denn da damit? Damit kannst du ja gar nichts machen. Damit kannst du ja gar nichts machen. Dreimal. Ich weiß nicht, wie viele kommen denn da raus. Hast du das schon mal ausprobiert? Nein. Alter, das ist übel. Das muss ich echt sagen. Das ist echt mega übel. Ja, da bleibt mir eigentlich auch nichts anderes üblich, als nur Gards zu setzen, oder? Ja. Du hast keine Gards. Nur die da. Äh, ne. Doch, probiere ich jetzt aus. Hast du Heatings Pillarwein? Ja. Wie lange geht das? Aber nur wenn, wenn der Minenwerfer steht, dann hast du verloren. Ich probiere das jetzt einfach. Wir gucken, was gibt es. Ging den Minenwerfer? Ich probiere es jetzt einfach. Ging den Minenwerfer? Ging den Minenwerfer? Gucken jetzt, was passiert. Was ist mit dir passiert? So. Ich schaue jetzt einfach, was passiert. Die eine Hütte habe ich schon mal. Ich auch. Ich auch. Und süsste das funktioniert. Ich krieg's sogar alle drei. Ich hab alle 3 bekommen. Ging den Minenwerfer? Ja, wie du siehst. Ich hab jetzt alle 3 bekommen. ich habe jetzt alle 3 bekommen. sinn macht wirklich sonst sonst macht nichts davon sind und soll ich mit dem anderen kram machen sie tun sogar noch bekommen hiergegen natürlich ist es nicht wirklich toll ich mache das jetzt auch mal um diesen ganz vielen und hier kann ich das glaube ich gerade wieder machen die mit dem rage spell sind krass was die mit dem rage ja wie meinst du die mit dem rage spell die die truppen und dann noch mit diesem auf mit diesem motivation das könnte so das ist nicht dein ernst bitte 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 einmal treffen das hat jetzt diesmal nicht funktioniert mit dem rage spell könnte funktionieren ja was man schießt einfach durch naja mit dem rage oder mit dem ich mache es auch mit dem rage ja genau dann einfach alle auf einen flieg oder was alle auf einen flieg ich habe nicht mehr gemacht aber ich krieg das ist immer zu sagen ich muss ich mache ich möchte sagen wie krank das sein muss wenn du die alle auf eine stelle setzt dann loslegen und dann den rage spell drauf werfen ja gut sind nur zwei aber sind immerhin zwei stück geworden ich bin damit eigentlich zufrieden also zwei stück warum nicht dann alle auf einen fleck und dann mal loslegen gegen die mienwürfel aber das kann ich sagen warum eigentlich nicht so also das könnte natürlich jetzt ich mache jetzt nicht alle auf einen fleck aber ich lasse an zwei stellen und jetzt auf die drauf das funktioniert das hat überhaupt nicht funktioniert das hat überhaupt nicht funktioniert das ist aber gleich guck mal guck mal gegen die jetzt hier schau mal schau mal gegen kein flächen schau mal gegen kein flächen schau mal gegen keine chance also ich habe es jetzt auf jeden fall verkackt ich bin am überlegen wie viele sind denn da das werde ich jetzt einfach mal probieren die gold und ich habe mehr als 100 mehr als 100 gold und bis jetzt mal mit denen mit den blammer was mit sich den gott gucken was mir im plan bei wenn es passiert zum ich mal interessieren drei stück davon alle drei auf geht's oh nein oh nein ich mache mal sechs mal diese aber eine eine hütte habe ich zumindest down sechs mal die besucher eine hütte habe ich wenigstens down bekommen wie kies hast du noch noch einen ist der letzte mal achtung gleich sechs stück sechs stück vom im besucher 6 stück noch mal gott die waren schlecht die machen das aber jetzt alles kaputt doch eine panzer der panzer macht ein schuss und dann sind alle weg der trifft aber nicht alle auf einmal ist so ja aber ich habe nur ein stand und als verständnis alles auf einen fleck jetzt hier alles auf einen fleck da unten entlang und dann gibt es ihm drei ständer hast du ja sagst du willst du nicht einmal den musaß wird einmal die besucher den löser haben wir schon mal was ich habe die commander plus sechs besuchers das ist natürlich optimal jetzt wird richtig hart geballert mache ich jetzt mit healing los mit voll drauf was alle meine besucher sind tot durch eine mine was hat denn der da hat das sind diese einstelle einstelle kann man das verlieren in diesem besucher ich habe drei sterne gewohnt jetzt mit dem mit dem welt war ja übrigens by the way die leute die den commander bekommen haben jetzt ich zeige euch jetzt mal ich habe was neues hier ist doch geil cluster cake muss schon mal rein ziehen jetzt zieht euch das mal rein also das ist ja das ding was der herr sofort bekommen hat den commander attack so lady grenade so dann habe ich gedacht wo ist denn meiner überhaupt das ist headquarter level 6 das ist headquarter level 7 headquarter level 8 der coach ist jetzt headquarter level 8 also alle die den coach haben können sich jetzt glücklich schätzen der kommt erst in headquarter level der laser alle meine ok wie viel fehlen hast du gestern ich habe jetzt 700 ich habe in 7 865 865 was ist ein was bringt das real damage 80 der mensch ist aber nicht viel mehr als welcher auf den schenken hast du deine ich habe viel mehr damit meine pitcher auf acht auto bis alle bin ich bin bei 206 bei level 9 wenn man noch ein rathaus ist nicht so nah muss sagen ja da muss ein bisschen was passieren jetzt hier 198 223 also ich gucke mal ganz kurz hier gibt es den commander also lady grenade dann gibt es die freeze mein jetzt neu dann haben wir die paratroopers da kann man ganz kurz was sie machen also hier einmal da kommen die dann direkt darunter die kann man direkt darauf abwerfen und dann greifen die diese kann kann ohne daran also finde ich jetzt nicht so persönlich nicht so toll hier die freeze mein gucken wir uns mal ganz kurz an das ist cool weil wenn die nämlich was ist denn das war für eine kanone die der hat das die haben wir noch gar nicht und das ding ist natürlich geil tesla tesla ist geil zieht euch das mal rein bäm 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 und hier haben wir noch einen ninja in the box also wenn ihr in zukunft hier so eine box stehen seht da wirst du da kommt ein ninja aus das hilft euch leider trotzdem nichts ja was ist das ab wann gibt es die welchen level 8 level 8 auch ok und der wird zehn kommt auch bald die lese gibt es da blenden siegen der kurse den laser ja ja der ist jetzt die ninja ist der level 9 tatsächlich 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 sneaky ninja level 9 und wir haben eigentlich richtig als die leute die jetzt die jetzt am anfang schon mitgemacht haben die haben jetzt richtig glück eigentlich ja wir haben jetzt schon sehr starke sachen was die anderen gar nicht bekommen können der hier ist übrigens cool der dummy ist mal gucken ich weiß ob du den schon gesehen hast dann ist einfach so nennen sondern so lego figur die steht dann so da und alle bleiben drumherum stehen und dann macht's puff und alle sind tot das ding hier finde ich krass habe ich auch mal kurz rein geguckt dieser helikopter der würde uns angegriffen guck mal hier guck mal hier guck mal hier guck mal der kann die kaputt hier alles der ballon wie der ballon von clash royal der ballon ok der wird hier überhaupt nicht angegriffen das ist der ballon der hat mich von nahkaufs hochmangel von bohnen ja war ein panzer der schießt ja hier in dem spiel nicht in die luft stimmt bedeutet eigentlich müsste man normalerweise aber die habe ich nicht zur auswahl ich schätze mal dass die truppen die denn die diesen helikopter abschießen werden sind einmal schätze ich mal der besucher der laser der jahr der besucher schätze ich mal ja leute jetzt was auf macht mal bitte folgendes schreibt mal bitte in die kommentare was ihr von diesem update haltet was denkt ihr über das update findet ihr es gut er findet ihr es nicht gut ich persönlich muss sagen man muss eben jetzt mal andere sachen ausprobieren ich finde das gar nicht mal so schlecht auch ja das meine meinung teilt ihr die auch oder seid ihr da komplett andere ansicht das wäre mal ganz interessant ja es ist mir gerne doch noch ein deutscher was im youtube-kanal kostenlos bis dahin und tschüss bitte bitte